Und was alles Sayyid Al-Zeynab durchmachen musste, war auch nicht schlecht. Wallah, das war nicht schlecht. Sayyid Al-Zeynab wird als Jebel As-Sabuh genannt, ein von ihren Spitznamen, Berg, voller Geduld. Aber es tut mir leid, ihr seht, Sayyid Al-Zeynab mehr als das, Universum voller Geduld. Weil das, was sie ausgehalten hat, konnten nicht mal Propheten aushalten. Ayyub, was Ayyub, Prophet Ayyub, ausgehalten hat, Sayyid Al-Zeynab hat das zehnfach ausgehalten. Und wie hat sie darauf reagiert? Wenn Abadallah ihr sagt, so sich lächerlich über die Macht sagt. Und hast du gesehen, was Gott mit dir gemacht hat und mit deinen Brüdern? Was hat Sayyid Al-Zeynab antwortet? Er hat gesagt, ich habe nur was Schönes von Gott gesehen. Das hat sie gesehen und geantwortet, das war ihr antwortet. Das hat sie gesehen und geantwortet, das war ihr antwortet. Er hat gesagt, aber dochigkeit. Er hat gesagt, ich habe nur noch ein coughing und gehappy. Er hat gesagt, ich habe nur noch eincmiesione. Zahra Al-Fatihah Ja, Allah, beugtina Oyeel, chafdeel, chusayneel, thain, taigine Oyeel, thain, nbeetleel, kaafdeel, imeine Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, Möchlel, Möchlel Untertitelung des ZDF, 2020